Hallo, da ist wieder der Manfred und die Anne aus der Eco-Launch und heute zeigen wir euch eine richtig lässige Variante von einem Pieferdarm. Es wird so geil und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr Freunde habt, die genauso gerne kochen wie ihr, dann bitte teilt das Video. Und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.